Köln, Alessia Herren, 21, nahm bereits an diversen TV-Formaten teil und hat sich in der Fernsehwelt nicht nur dank ihres berühmten Vaters Willi, 45, einen Namen gemacht. Nun bekommt das Reality-Sternchen eine eigene Family-Doku. Vor wenigen Wochen ist Alessia zum ersten Mal Mama geworden und brachte am 16. April Töchterchen Anissa Amalia zur Welt. Und seither hat sich das Leben der Kölnerin grundlegend verändert. Wie ihr neuer Alltag zwischen Windeln wechseln, Ehe und den alltäglichen Verpflichtungen im Haushalt aussieht, bekommen ihre Fans schon bald zu Gesicht. In der neuen fünfteiligen Reality-Doku Volles Haus gewähren die Herrens nämlich exklusive Einblicke in ihr kunterbuntes Familienleben, wie die Produktionsfirma Picture Puzzle Medien am Freitag offiziell bekannt gab. Start der neuen Wochenserie ist der kommende Montag, 12. Juni, um 16 Uhr auf Sat. 1. Bis Freitag, 16. Juni, dürfen sich Fans dann täglich auf eine neue 30-minütige Folge freuen. Alessia und Ken hatten sich für das neue Format mehrere Wochen von einem Kamerateam begleiten lassen, vom gemeinsamen Umzug in ihre Traumwohnung bis hin zu den Geburtsvorbereitungen mit einer Hebamme. Mit von der Partie sind aber nicht nur die frischgebackenen Eltern, sondern auch andere Gesichter des Herrenklens, darunter auch Elsia Schmamamirella, ihre Tante Annemie und Opa Piero. Immer im Herzen trägt die 21-Jährige dabei auch ihren verstorbenen Vater Willi, der einst ebenfalls mit seiner eigenen TV-Doku, Die Herrens, Willes wilde Welt, über die heimischen Bildschirme geflimmert war. Volles Haus Alessia Herren geht in Folge 1 auf Baby-Shopping-Tour In Folge 1 steht die Geburt von Elsia Sch erstem Kind kurz bevor. Gemeinsam mit Mama Mirella, die gleichzeitig auch ihre beste Freundin ist, geht die 21-Jährige daher auf Baby-Shopping-Tour und lässt sich von ihrer Mutter beraten. Mirella steht ihrer Tochter dabei nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern fördert auch die eine oder andere Kindheitsanekdote über alles Jahr zu Tage, was die bald Mama ganz schön in Verlegenheit bringt. Doch nicht nur die Baby-Ausstattung muss noch kompletiert werden, Alessia ist zudem im Renovierungsstress. Bevor sie ihre neue Wohnung beziehen kann, muss diese nämlich erst fertiggestellt werden. Während Ken kräftig anpackt, sorgt Elsia Schputzfimmel beim Besuch auf der Baustelle allerdings für ungeahnte Probleme. Volles Haus läuft vom 12. bis 16. Juni um 16 Uhr auf Sat. 1 oder im Stream bei Join.